Ganz viele Frauen erlauben sich das nicht, einfach zu sagen, habe ich Lust, habe ich Bock darauf, Mutterschaft zu gestalten, sondern es hat wirklich nur noch eben diese Ängste, diese strukturellen Probleme, wie schaffe ich das alles, diese Herausforderungen. Also ich habe auch das Gefühl, ganz viele Frauen haben solche Angst vor dem Mutterideal, dass das der Grund wird, warum sie eventuell der Mutterschaft aus dem Weg gehen.